Was für ein Feind habe ich denn da Was ist weg? Ich habe das Dach abgeschaltet oder nicht? Sicherheitsabregelung aktiv Notfallüberbrückungen sind an bestimmten Sicherheitsterminals verfügbar Okay Bestimmt wieder Umweg, Umweg laufen oder sowas Doch noch Feinde Hier 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 Was? Ah! 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 Damit haben wir also nur die Türen freigeschaltet oder was? Na ja, aus den Dingern kommen die raus. Mal gucken, ob die wirklich leer sind. Was sind die zwei roten Markierungen da? Das macht mich ein bisschen nervös. Schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal. Noch eine. Warum gut da muss sein, ne? Ach, die Piste. Möchte ich gerne den roten Punkt noch weit haben, ne? Die noch. Okay. Gut, so. Oh, die sollte ich mir mal einen Weg zeigen. Aber die geht ja nicht auf. Oder geht die jetzt auf? Hallo? Ne. Dann muss ich die doch nehmen. Ich wollte mal ohne Viecher auskommen. Muss ich die nehmen. Jetzt komme ich da durch. Ich komme gar nicht durch. Scheiße. Warum nicht? Wie komme ich denn dahin? Was haben wir denn hier? Schön. Ich komme nicht zurück. Nicht zurück. Was haben wir denn hier? Ich sage mich zurück. Nicht zurück. Ich komme nicht zurück. So. Habe ich jetzt irgendwas gekommt? Nicht so richtig, oder? Da muss ich rein, ne? Da muss ich rein, ne? Da muss ich probieren, ne? Oh. Oh. Ach, einsteiger. Nicht schon wieder. Ich habe keinen Bock jetzt drauf. Ah. 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 Warum müssen wir nicht mal Fenster kaputt oder irgendwas? Was ist das für Quatsch? wie soll ich denn da hinkommen wo da muss ja gar nicht hin ich muss ja eigentlich muss ich ja da rein oder auch nicht hier auch nicht wozu habe ich denn wozu habe ich denn solche karte ich sehe gar nichts hübschte einer an mir rum oder was andere scheiße ach so die habe ich schon abgeschossen oder nicht so da muss ich da muss ich ja erstmal grenze weg machen ach und da haben wir noch was aber da oben keine so richtig nicht das ist so so na guck guck mal an schlüssel putzkammer schlüssel hoher auch okay das war oder langen sehr schön sehr schön alles wichtige sachen so geht es weiter also große tücher erwachsen okay entsperren also ich 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 habe zwischendurch zwischendurch mal pullover ausgezogen habt doch etwas etwas ins schwitzen gekommen war aha hier noch schon mal durch durch die wand geguckt aber es hat ja nichts so da kommen auch nicht weiter wo gibt es eine nächste umsteigemöglichkeit munition auch immer wichtig so also dann nicht da kann man nicht weiter hier kann man ach so hier wollen wir eben da sind die beiden aber hier ist ein ding mal gucken was es bringt ach lagerkiste man einsteiger einsteiger sollte ja nicht so schwer sein oder aber zu gern ihren reichs wahrscheinlich trotzdem Nichts. Schöner Helm, gehen wir jetzt erstmal so, besser als, besser als ich mal nix. Achso, jetzt können wir hier schon wieder, hier können wir jetzt schon wieder Roboter rumlaufen, ne? MediPack. Oh ja. Ach, hatte ich die noch gar nicht genommen oder was? Oh, wie bin ich denn drauf? Ja. Aber ich, ich mach mal erstmal schnell einen Kaffee. Bis gleich.